Welche Bedeutung hat eigentlich der Stern von Mercedes-Benz? Die Idee hinter diesem Symbol kommt von den Söhnen des 1900 verstorbenen Unternehmensgründers Gottlieb Daimler, Paul und Adolf Daimler. Ab 1910 wurde dann als Markenlogo der neue Stern mit drei Strahlen genutzt. Seine Arme stehen für den Einsatz der Daimler-Motoren in Landfahrzeugen, Schiffen und in der Luftfahrt. Während das neue Logo in den ersten Jahren noch ohne Ring verwendet wird, entwickelt sich der Stern mit einem breiten Ring und dem Schriftzug Mercedes ab 1916 schon in die Richtung des heutigen Logos weiter. Das Logo, so wie wir es heute kennen, existiert seit der Fusionierung von Daimler und Benz zur Daimler-Benz AG im Jahr 1926. Mit Lorbeerkranz und dem Markennamen Mercedes-Benz.